Wir haben Weihnachten bei uns gesessen. Mama immer Weihnachten, Mama immer ein Foto. Mama, Papa, Oma alle drauf. Jetzt haben wir das Foto. Jetzt sitzt sie ja mit bei uns weihnachtlich. Ich denke, oh, 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 oh. Wir stehen alle auf für das Foto. Da geht meine Mutter hin und nimmt sie so in den Arm. Ich denke, wow. Ich sage, Mama, ruht ab. Wir haben ja in der Küche. Ich sage, ruht ab. Ich sage, hast du sie so in den Arm genommen, obwohl du sie nicht leiden kannst? Ich sage, hast du das denn nicht mitgekriegt? Ich sage, was denn? Die wollte neben Sven sitzen. Ich sage, ja. Ja, sitze, hör mal. Da habe ich gesagt, komm doch schön zu mir. Da habe ich sie so in den Arm genommen. Gott sei Dank, jetzt steht sie aus. Wenn es los ist, können wir sie abschneiden.